Aloha Leute und heute geht es mal wieder weiter mit PHP und zwar mit der Wildschleife, eurer ersten richtigen Schleife. Bisher hatten wir eigentlich nur solche Bedingungen, jetzt machen wir tatsächlich Schleifen. Schleifen bedeutet, wir führen etwas mehrere Male hintereinander aus. Das heißt, wenn wir hier unten bei dieser Klamme angekommen sind, fangen wir wieder oben an. Und ja, logisch, dass wir das hier nicht mit Switch Case machen und auch nicht mit dem leckeren Essen Muscheln. Ah, ich habe Hunger. Sondern mit dem kleinen Schlüsselwort While. Ich werde es selber schreiben, denn ich habe hier schon mehrere Sachen drin. Okay, so und hier kommt jetzt wieder eine Bedingung rein, wie bei dem If Statement auch. Nur dass dies, ja, im Prinzip ist es eine selbe Art von Bedingung. Zum Beispiel sagen wir, weil Dollarzahl größer ist als, oder kleiner ist besser, benutzt man häufiger als 1350, dann führe irgendwas aus. Und zwar sagen wir jetzt hier einfach mal Echo, ja, Echo einfach nur Dollarzahl. Wir geben einfach nur die Zahl aus in jedem Schleifendurchlauf. So, Vorsicht, wenn ich das jetzt ausführen lasse, dann bleibt diese Bedingung hier für immer wahr. Das heißt, ich habe eine sogenannte Endlosschleife und ich führe das hier drin unendlich mal aus. Also wirklich unendlich mal. Und das ist dann eins dieser berühmten nicht reagierenden Skripts. Oder ja, es zerschießt euch einfach die komplette Webseite. Keine Ahnung, wie das dann aussieht. Wir können es gerne einfach mal ausprobieren. Ähm, da, so. Okay, also ihr seht, ähm, es, ja, es gibt mir einfach sehr, sehr häufig aus. Und es hört nicht auf zu laden hier oben, weil es die Zahl noch weiter ausgeben möchte. Aber ich kann sie schon nicht mehr sehen, weil sie außerhalb meines Bildschirms ist. Und, ähm, ja. Also sie hört einfach nicht mehr auf zu laden, die Seite. So sieht es dann aus, wenn in PHP eine Endlosschleife ist. Ähm, der Trick hierbei ist, dass man irgendwie diese Bedingung hier nach irgendeinem Schleifendurchlauf mal auf False bringt. Also auf eine falsche Bedingung. Und in dem Fall kann man ganz einfach sagen, ich erhöhe meine Variable Dollar Zahl. Ich addiere sozusagen ein bisschen was drauf. Addieren kennt ihr ja, ähm, Dollar Zahl plus gleich, oder sagen wir einfach mal nur Plus, äh, Dollar Zahl gleich Dollar Zahl plus 1. Das heißt, ich habe am Ende, nach diesem Schleifendurchlauf, habe ich in meiner Variablen Zahl das, was vorher drin stand, plus 1 drin stehen. So läuft das im Prinzip. Okay. Ja, und wenn ich das jetzt ausführe, ähm, dann passiert das hier. Wir haben hier immer sich ändernde Werte und ihr habt gesehen, meine Seite ist auch fertig mit Laden. Ähm, allerdings haben wir hier, naja, so eine Zahlenwurst, die keine Sau mehr lesen kann. Deswegen gebe ich jetzt hier einfach noch aus Echo und wir machen ein BR rein. So funktioniert das. Ähm, da kriegen wir dann einfach das, upsala, ja, ich habe das Semikolon vergessen. Ihr seht, was dann passiert. Ähm, sollte natürlich nicht sein. So, jetzt kriegen wir das Ganze einfach hier als Zahlen ausgegeben. Vorsicht, äh, ihr könnt hier unten nicht mehr alles sehen, weil ich euch nicht den ganzen Bildschirm zur Verfügung gestellt habe. Aber das sollte wohl reichen. Okay. Ich könnte auch einfach mal ein bisschen kleiner scrollen, dann seht ihr alles. Okay, wir haben von 1.338, Achtung, wir fangen hier bei 38 an. Das heißt, die 38 selbst wird auch noch ausgegeben. Wir haben von 38 bis zu 49 runter, also 1.349 alles ausgegeben. So, jetzt hatten wir hier aber in unserer Schleifenbedingung kleiner 1.350. Warum ist die 1.350 dann bitte schön nicht ausgegeben worden? Das liegt daran, dass hier ein echt kleiner steht. Das heißt, solange die Zahl echt kleiner als 1.350 ist, dann führen wir diese Schleife hier aus. Ansonsten sagen wir, nö, machen wir nicht. Und, ähm, ja, wir springen sozusagen, wenn diese Bedingung hier falsch ist, wie bei der if, auch hier runter. Das heißt, wir überspringen dann den ganzen Teil hier und führen einfach den Code, was danach kommt, also das hier aus. Okay. Ähm, das bedeutet, wir haben hier jetzt eine Schleife, die sich mehrmals ausführen lässt. Und, äh, ja, wir können hier oben eben diese Bedingung angeben, die aber irgendwann mal falsch werden sollte. Gut, so funktionieren eigentlich diese Schleifen. Und, ja, das war es eigentlich auch schon, was ihr zur Wildschleife wissen solltet. Probiert da einfach mal ein bisschen was aus. Ihr könnt hier natürlich auch noch mehr machen, ähm, als nur plus 1. Ihr könnt natürlich auch plus 10 machen, dann erhöht sich einfach die Schrittgröße und ihr gebt weniger aus. Also, zum Beispiel, wenn ich jetzt plus 10 mache, dann sehen wir hier insbesondere, dass wir hier nur 1338 und 1348 ausgeben und alle anderen Werte überhaupt nicht mehr haben, denn mit 1358, was nach der 1348 kommt, mit 1358 sind wir schon über diesem Grenzwert und deswegen haben wir, ähm, haben wir die Bedingung nicht erfüllt und deswegen springen wir direkt nach unten. Ja, so funktionieren diese komischen Schleifen. Ähm, wie gesagt, ich würde euch mal empfehlen, probiert es ein bisschen aus. Ihr könnt natürlich auch in die andere Richtung gehen, also die Zahl, ähm, Größe, solange die Zahl größer als irgendwas ist, solange die Zahl größer als 1300 ist, ähm, dann subtrahiert ihr hier unten aber am besten irgendwas, denn sonst, wenn ihr hier was drauf addiert, wird die Bedingung niemals falsch und ihr solltet immer darauf achten, dass irgendwann mal diese Bedingung falsch wird. Okay, viel Spaß beim Probieren und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.